so jetzt muss ich lauter reden wegen der musik glaube ich ja was jetzt passiert ach ja öfen genau dafür habe ich ja die steine geholt jetzt brauche ich wieder mehr kohle scheiße ja so ist das man hoch ach egal ich lass es auch so dann fahre ich den baum ab ohne axt mann ich bin so wieder lern reden mann lern reden wo packt ihr die jetzt hin so so ach komm scheiß drauf sorry für diese ganzen musik sound fails hier ja muss ich alles erst mal richtig einstellen ich habe auch kein testaufnahme gemacht ich hoffe mal dass das mit der stimme alles passt so es ist grad ich bin auch ich bin auch so cool an einem samstag um 18 49 ich bin auch nicht vpc das ist birg und das normale also ok okay okay so so und Vielen Dank. Das wird dieses hier sein. Hoffe ich. Das hier unten ist auf jeden Fall Schneemolz. Das hier unten ist. Das hier unten ist auf jeden Fall Schneemolz. Wie mache ich das jetzt, Leute? Wie mache ich das jetzt? Glas. Das hier unten ist. Das hier unten ist eine neue. Das hier unten ist. Das hier unten ist. Das hier unten ist... Oh, wo ist denn das? Tut mir leid, Leute, da ist mein Minecraft gerade abgestürzt, weil ich das hier ungeendet hatte. Aber wieso ist das nicht so? Falls ich jetzt wieder weg bin, na, ihr wisst mir so. Dann kann ich das auch rauslassen, wenn es so bleibt. Okay. Dreierfenster war das. 2, 2, 2, 3, passt. Zack. Ah, passt schon. Hier ist das Birgmolz, hier ist das normale. Glaube ich. Was ich brauche ist mal... So. Es gibt Schafjagd. Ich weiß, da ist schon eins, aber ich brauche erst was. Und zwar... Da hinten. Ein Baum, genau, das brauche ich gerade. Denn ich brauche rote Wolle, deshalb brauche ich diese Blumen. Und aus dem macht man diese Pulver. Was tut man in der Hand. Geht zum Schafjagd, dann so BAM. Oh, jetzt habe ich es geschlagen. Oh nö, nur eins bekommen. Aber warte. Ich wollte schon sagen, die bekommen doch jetzt mal schneller Wolle. Es mal los, komm schon. Komm schon, komm schon, es fräß. Ja, 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 tschüss. Es wird dunkel, es. Es. Es ist ein Abendessen. Ja, ja, ja. Jetzt es doch, man. Ja, 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 ja. Da muss ich jetzt irgendwie hin. Hallo Creeper. Einfach Pin, geh einfach nö. Oh, da war eine Spinner. Hallo? Oh, ja, komm. Fuck. 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 Wie ich mich immer heute verbaue, das ist doch arm believable. Ich glaube, Glas habe ich jetzt genug, drei Stacks. Ich glaube, Glas habe ich jetzt genug, drei Stacks. Okay, was mache ich jetzt? Ich brauche mehr Steine und mehr Steine. Ich brauche einfach mehr Steine. Ich brauche mehr Steine. Ach ja, und Kohle. Ah, ich darf gleich Kohle suchen gehen. Yeah. Das wird wieder so toll in der Höhle rumzocken. Ich mache einen Stack und dann reicht das, glaube ich. Zumindest erst mal. Ähm, ha. So, drei, zwei, eins. Haut rein. So, jetzt brauche ich irgendwie Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich brauche Kohle. Ich hol mir jetzt Kohle. Ja, das kann ich. Ja, ich bin wieder hyperaktiv hier. Nein, nicht hyperaktiv, die Krankheit, sondern einfach hyper hyper. Habt ihr gesehen, wieder geflogen? Ja. 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 Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen Kohle holen, dann Steine in den Ofen und in der Zeit mehr Wolle holen. Ich glaube, das dürfte reichen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es. 33. Klar, locker. Lockerflockig. Lässig. Jump and run action. Ach man. Immer failig hier. Immer failig. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Aua. Aua. Jungs. iya.